Seid gegrüßt Gaming Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Hier ist euer Don. Seid gegrüßt, liebe Gaming Freunde. Wir sind in der Sequenz 6, Erinnerung 2. Nun gehen wir Portolomeo besuchen. Nun, habt ihr einen Plan? Im Innern können eure Männer die Lagerwache überwältigen, korrekt? Ja, aber... Besonders dann, wenn die Patrouillen komplett überrascht werden. Ma certo! Dann müssen wir uns französische Rüstungen besorgen. Am Morgen gehen wir dann einfach rein. Ha! Ezio Auditore! Ihr seid wahrlich ein Mann nach meinem Geschmack. Magnifico! Ich hole die Rüstungen. Meine Männer nehmen sie den Toten ab. Wir werden aus dem Norden kommen, um keinen Verdacht zu erregen. Und Ezio, ihr müsst sie kampflos überwältigen. Die Rüstungen müssen sauber sein. Die Rüstungen müssen sauber sein. Wichtig ist, dass wir dabei nicht entdeckt werden. Die Rüstungen müssen sauber sein. Die Rüstungen sind dabei. Die Rüstungen müssen sauber sein. Der Punkt ist, wir dürfen nicht entdeckt werden. Der Punkt ist, wir dürfen nicht entdeckt werden. Okay, so, 2 erledigt. 18, noch übrig. Da sind schon unsere zwei nächste Opfer. Für euch. Ich kenne Milchmägde, vor denen ihr euch angepinkelt hättet. Ich kenne Milchmägde. Ich kenne Milchmägde. Ich kenne Milchmägde. Okay. Okay, so, 10 geschafft. Und gehen wir nochmal die nächsten Besucher. 20 Wattini für den, der mir seinen Kopf bringt. Ich kenne Milchmägde. 15, 16. Möge der Herr euch segnen. Das war es für die Erinnerung 2 in der Sequenz 6. Wenn euch mein Gameplay gefällt, vergesst nicht zu abonnieren. Drückt ihr zu auf den Subscribe Knopf und wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare, was ich eure Meinung nach verbessern könnte. Wenn es ein Spiel gibt, das ihr hier sehen möchtet und es zusammen mit euch durchspielen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss, euer Don. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.